Ja, da sind wir wieder, morgens halbzehn in Deutschland. Die Löwenhunde ist ja soweit abgedreht, beziehungsweise abgefrühstückt. Wir haben alle Anfragen soweit bearbeitet und jetzt geht es um die Marktanführung der Dachbox. Und da würden wir uns sehr gerne, wie auch auf Instagram schon mal angeteasert, ja, Verstärkung holen, indem wir ja das Asphaltkind-Praktikum deines Lebens vergeben möchten. Da geht es speziell darum, wir möchten euch losschicken oder einen von euch losschicken, Mitte 9-11er durch Deutschland zu fahren und die Dachbox vorzustellen und in den Markt einzuführen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Landingpage, die wir extra eingerichtet haben. Da könnt ihr euch auch bewerben. Ja, höchstwahrscheinlich wird es auch eine Art Abflussfahrt des 9-11ers, weil wir auf Elektro umsteigen werden und möchten. Einfach auch nochmal die Autonomik der Dachbox, die ja gerade für E-Autos extrem interessant ist, zu promoten. Kann also sein, dass wir euch mit dem 9-11er losschicken und ihr hinterher sogar in einem Elektro-Sportwagen sitzen werdet. Also, ja, auf jeden Fall, drive off your life, wie der Tealo so schön genannt hat, was ihr dann machen könnt. Kurzum, alle Informationen findet ihr auf der Landingpage. Bewerbt euch gerne, teilt das Video auch sehr gerne, dass wir möglichst viel Reichweite hinbekommen. Und ja, ich freue mich auf euch, auf eure, ja, vielleicht auch Videobewerbungen. Und ja, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.